Ich hoffe, ich habe Unrecht. Aber meine große Befürchtung ist, die Basis und wir 2020 sind als Parteien noch zu inaktiv. So werden die Wahlen verloren werden. Weil ich gehe davon aus, dass wenn man nicht im Frühjahr bei der ersten Wahl schon 5% erreicht, dass man dann verloren hat. Und gar keine Chance mehr für die Bundestagswahl haben dürfte. Hoffentlich habe ich Unrecht. Ich fürchte nur, ich werde Recht behalten. Die Parteien bewerben sich ja schließlich bei den WählerInnen darum, Deutschland umfassend und jeder Hinsicht besser zu regieren. Und man redet bisher aber fast nie darüber, wie man das denn machen will. Also werden wir es jetzt tun. Also sozusagen die Next Scientists for Future empfehlen ja sozusagen auch den gemeinwohlorientierten Grundansatz mit einzubeziehen. Die Gemeinwohlökonomie, dass Christian Felber als unsere jüngere Schwester hat ja auch so irgendwie das Ziel, Gutes tun von Politik, aber auch Gutes tun von Wirtschaft und Gesellschaft und Behörden und so weiter. Also sozusagen gezielt irgendwie so zu belohnen, dass es zu all diesen negativen und schädlichen Effekten für uns WählerInnen sozusagen nicht mehr kommen möge. Und das Beispiel jetzt für uns wäre als gemeinwohlorientierte Gruppe Next Scientists for Future wäre sozusagen, wir müssen uns klar sein, jeder Markt wird ja zu einem Gesundheitsberatungsmarkt. Und die interessante Frage ist doch, wer könnte was dagegen haben? Ja, hier unten rechts bei dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel auch unser Konzept, also von den NextScientistsForFuture.de. Ich zeige das jetzt gerade mal kurz hier, Moment. Also man geht auf NextScientistsForFuture.de, zieht ein bisschen runter, unter Stellungnahme findet man den Live-Ticker, klickt da drauf, kommt dann hier hin, je nach Größe. Und dann hier unser Tipp für Talkshows, für alle Arten von Talkshows, die jetzt anstehen müssten. Und jetzt könnt ihr ja auch die Basis auf ihrem eigenen Sender solche Talkshows machen, genauso wie jetzt 2020. Denn ich habe gesehen, dass sie immerhin, wenn sie prominente Leute dabei hat, dabei bei den Talkshows hat, auch durchaus auf zigtausende Klicks kommt. Ja, also bitte, liebe Parteien, bitte selber auch Talkshows veranstalten, wenn es schon nicht gelingt, große Talkshows bei den anderen Sendern sozusagen zu machen. Die anderen Sender haben halt den großen Vorteil, dass die noch ihre eigene Prominenz und ihre eigenen Klickzahlen noch mitbringen, sozusagen. Ja, aber jede Sendung sollte gegliedert werden durch die drei Gretchenfragen an die externen Reformer. Wie machen Sie unser Leben als WählerInnen, ArbeitnehmerInnen und Parteimitglieder besser? Wie machen Sie unser Leben gesünder und länger? Wie reicher? Wie glücklicher? Wo sonst ist man heute hier in dieser Talkshow? Außerdem noch neugierig auf Lösungskonzepte. Und wie gesagt, als externe Reformer empfehle ich Ihnen, Sie können alle möglichen einladen, aber auch sollten Sie immer einladen, egal ob die dann kommen oder nicht kommen. Oder wenigstens sollten Sie dann interne Referate darüber machen, also Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, Gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, Next Scientists for Future vom Weltrat, Bodenständige Linke. Und dann Professor Nico Pech, Postwachstumsekonomie, der berühmteste Volkswirt, Professor Hans-Werner Sinn, der gewerkschaftsnahe Wirtschaftsweise, Professor Achim Truger vom Sachverständigenrat der Bundesregierung, Dr. Heidegitner-Abendroth, Professor Franz De Waal, Ottmar Lattov, Matriarchatsforschung im weitesten Sinne, Christian Zimmermann, Gesundheitssystemkritik, Gesundheitsreformer und vielleicht noch viele andere, die die Parteien natürlich selber gerne benennen können. Wir diskutieren gerne und sagen gerne, wo die anderen externen Reformer sich irren. Ja, und wie gesagt, es ist immer sinnvoll, dass dann bei den Talkshows immer mindestens eine dieser prominenten Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Parteien dabei sein sollte, damit allein dadurch Klickzahlen erhöht werden und Aufmerksamkeit erhöht werden. Ja, und dann zeige ich jetzt nochmal hier das. Ja, also, Sie dürfen von sich als Parteimitglieder auf keinen Fall zu viel erwarten. Ja, also Sie müssen erst einmal ganz klar sehen, erst einmal muss man ganz nüchtern sehen, mit was haben wir es im Internet zu tun. Das ist die Gesamtbevölkerung. Eine repräsentative Wählerstrichprobe hätte schon eine andere Verteilung, weil dieser Teil der Gesellschaft, etwa 40 Prozent der Gesellschaft, ja gar nicht zu Wahlen gehen. Also die fallen weg. Also wäre eine Wählerstrichprobe, da wäre quasi eine repräsentative Wählerstrichprobe, oder wäre die Kurve so, dass das Maximum hier im etwas klügeren Bereich wäre, weil die Klügeren durchschnittlich häufiger zur Wahl gehen und die weniger Klugen großenteils gar nicht zur Wahl gehen. Ja, also hätten wir als Wähler repräsentative Wählerstrichprobe, bräuchten wir eigentlich solch eine Kurve. Jetzt müssen wir ganz nüchtern, also eine höher liegende, eigentlich eine Kurve der Intelligenteren der Gesellschaft, der Klügeren der Gesellschaft, sage ich mal einfach so. Und jetzt haben wir das Dilemma, dass im Internet wir, weil das ja ein teilweise rechtsfreier Raum war und immer noch teilweise ist, wo alle möglichen Scharlatane, Esoteriker, Träumerspinner und kriminelle, linkskriminelle, rechtskriminelle, Verfassungsfeinde, sich tummeln dürfen, ja, haben wir im Internet eine ganz andere Verteilungskurve. Wahrscheinlich haben wir die Kurve so, dass wir hier das Maximum haben, also dass bei dem sehr wenig Klugen hier das absolute Maximum gilt im Internet und es dann stark absinkt, ja, man trifft fast nie irgendwelche intelligenten Professoren oder sowas, die also mitdiskutieren im Internet, also die präsent sind im Internet, da taucht vielleicht der eine oder andere Professor mal mit einem Video, mit einer Sendung auf, aber dass die sich bewegen würden im Internet, findet fast nie statt, weil ihnen das Niveau einfach viel zu tief ist, ja, weswegen wir ja auch alle Kommentare mittlerweile abgeschaltet haben und das auch jedem empfehlen, weil da eigentlich nur unkluge Leute sich zu Wort melden, die noch nicht mal wissen, was diskutieren ist, was Argumenteaustausch ist, sondern die nur irgendwelche Beleidigungen rumrotzen und das, oder eben positive Kommentare, aber auch positive Kommentare sind auch letztendlich keine Argumente, ne, und echte Wissenschaftler, also die Kurve des Internets dürfte so aussehen, Maximum im wenig klugen Bereich und dann ganz stark abfallend und wie gesagt, nur ganz, ganz wenige kluge Leute nehmen überhaupt am Internet und an seinen Diskussionen teil. Das ist erstmal die Realität, also das wird ja auch nochmal bestätigt, dadurch, dass wir hier, wir haben natürlich hier die Linksradikalen und Rechtsradikalen, sie gehören natürlich zu dem unklugen Bereich und die sind natürlich stark übergewichtig, also die Marktrechtsradikalen, die Marktradikalen und so weiter, und all das ist natürlich überrepräsentiert im Internet und führt eben dazu, dass wir hier den Häufigkeitsbauch haben werden oder Berg haben dürften und eben kluge Leute ganz selten im Internet vertreten sind. Und ja, das sind so Steuerungselemente der Next Scientist for Future, Wohlfühlstimme und so weiter. Ja, so, und das ist hier, sind Dinge, die man sehen muss, dass es Hinweise gibt in der Wissenschaft, dass wir alle aus einer matriarchalen, aus matriarchalen, bonobo-kommunistischen Kommunen herrühren, die vor 400.000 Jahren wohl ihre Hochblüte gehabt haben dürften und dann zerstört worden sind. Die Gehirnevolution hatte wohl vor 30.000, 40.000 Jahren ihr Maximum erreicht und mittlerweile degeneriert die Menschheit. Die Gehirne werden immer kleiner, wir werden immer dümmer und wir degenerieren auch körperlich und müssten hier eigentlich einen Rollator einzeichnen, wie die Menschheit degeneriert. Durch, nach der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung kam es notwendig zu Degenerationsprozessen, weil diese Dinge höchst gefährlich sind. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt hier. Können Sie das alles sagen? Also, wir können und dürfen von Parteimitgliedern ja auch nicht zu viel verlangen. Parteimitglieder sind aufgewachsen mit der Gehirnwäsche der Massenmedien, mit der Gehirnwäsche der Schulen, mit einem ganz sozusagen reduzierten Bildungsniveau unserer Lehrer und so weiter, unserer Zeitschriften, die alle sozusagen Werbung machen. Dann sind die Leute alle infiziert worden von esoterischen Sektierern, von Scharlatanen, die alle was verkaufen wollen und irgendwo Leute abzocken wollen mit Halbwissen oder Unwissen. Der ganz normale Wähler muss sich klar sein und das ganz normale Parteimitglied sollte sich klar sein, dass es gar nicht anders sein kann, als dass er von lauter Irrtümern angefüllt ist, von all den vorteilbringenden Irrtümern, die im öffentlichen Raum umschwirren und als parasitäre Meme, also als Killerviren des Geistes manipulierend und verbildend in den Köpfen der Masse landen sozusagen und das betrifft leider natürlich auch alle Parteimitglieder. Es dürfte da wahrscheinlich kaum jemanden geben, der nicht frei ist von diesen parasitären Memen und all diesen Irrtümern der verschiedenen Sparten, die auf ihn einprasselten in seinem Leben. Deswegen können die meisten noch nicht mal beantworten, wie das vor 13,8 Millionen Jahren, was da war, was vor 10 Milliarden Jahren, war vor 5 Milliarden Jahren, war vor 4 Milliarden Jahren, 4 bis 3 Milliarden Jahren und so weiter. Wenn ich diese ganzen Daten jetzt aufrufen würde und dann die Millionenjahre und dann hier die Millionenzahlen und so weiter, Wenn ich all diese Zahlen jetzt aufrufen würde, würde ich bei den meisten Leuten nur Unwissen finden oder Fehlwissen und Falschwissen und so weiter. Auch hier würde ich über diese Zahlen, hier 3,4 Millionen Jahren, 2,5, 0,4 Millionen Jahre, 0,04 Millionen Jahre, ich würde auch nur auf Unwissenheit stoßen, weil eben unsere Ausbildung, die wir alle genossen haben, mehr eine Gehirnwäsche in Richtung Irrtümer war als eine Ausbildung. Und das ist ja die Kunst des Weltrates oder Next Scientist for Future, Wissenschaft so ausgewertet zu haben, dass man getrennt hat, was ist Wahrheit, was ist Irrtum, was ist Wahrheit, was ist Irrtum. Also ständig dieser Aussucheprozess. Und dann gibt es oft das Konzept bei vielen, die so voll sind von Irrtümern, Linksradikale, Rechtsradikale sind natürlich voll von Hass auf die angeblich bösen Reichen und so weiter, auf unsere Politikkönige, unsere, voll von Hass auf Politikkönige, Journalistenkönige, Wirtschaftskönige und so weiter, Milliardärskönige und so weiter. Aber Hass bringt uns keiner versöhnlichen Lösung der Menschheit näher. Also davon, da raten wir auch dringend von ab, sich von Hass leiten zu lassen. Denn wo führt der Hass hin? Das sehen wir doch. Das sehen wir doch überall. Die Linken, jahrzehntelang wurde die Partei Die Linke als die Aussätzigen behandelt, mit denen man nicht redet und die man nicht ernst nimmt. Jetzt sind die großen Aussätzigen die AfD. Mit denen redet man nicht, die nimmt man nicht ernst. Und natürlich können wir jetzt mit Hass rangehen an die Situation. Und dann wird man halt über die Basis und wir 2020, es werden die neuen Aussätzigen, mit denen wird man nicht reden und über die wird man nicht reden, die wird man als Aussätzige behandeln. Wenn man das will in den neuen Parteien, anstatt mitzuregieren, dann muss man nur weiter so machen mit Hass und Missgunst und gegeneinander und so weiter. Ja, wie es ja einige Mitglieder der verschiedenen Parteien ja wollen und drauf haben. Ja, und jetzt sind wir eigentlich wieder hier angelangt sozusagen. Und ich, ja, wir sind eigentlich wieder bei den Schlüsselfragen. Ja, wie das Leben Glück gesünder und länger machen. Also was kann ein vernünftiger Mensch zum Beispiel haben, gegen, zum Beispiel gegen den Grundansatz des gemeinwohlorientierten Wirtschaftens, dass Gutes tun belohnt werden soll. Das führt doch dann dazu, dass die Wirtschaft mit ihrer Milliardenmacht nicht mehr alles tut, um ihr Leben als WählerInnen und ArbeitnehmerInnen und Parteimitglieder zu zerstören, sondern ihr Leben besser zu machen. Warum verfolgen sie alle möglichen anderen Ideologien und Irrlehren und Konzepte, die von irgendwelchen Scharlatanen und Halbwissenschaftlern stammen, die also hier auf diesem hohen Niveau, auf dem höchsten Niveau, also hier auf dem allerhöchsten Niveau, ja, das sind hier der berühmteste Volkswirt unserer Universitäten, Professor Hans-Werner Sinn, Professor Nico Pech, Postwachstumsekonomie, der Wirtschaftsweisen, die höchstrangigen Volkswirte Deutschlands, ja, da hätten diese ganzen Scharlatan-Konzepte keinen Bestand, ja, und Matriarchatsforschung, ja, und Professor Franz de Waal, der angesehenste Analytiker oder Berichterstatter über tierisches Matriarchat bei den Bonobos und so weiter, ja. Sie müssen sich als Parteien, müssen sich ganz klar verabschieden von all den Ideologien, die sozusagen viele Parteimitglieder so mit im Rucksack mittragen, das sind alles Irrwege. Sie müssen schon versuchen, auf dem höchsten sachlichen Niveau wirklich zu diskutieren. Also, und was könnte jetzt jemand dagegen haben, die Wirtschaft, die Behörden und alle anderen Sparten, die Sozialsparten, alles, alle Teile der Gesellschaft, die Pharmaindustrie, die Impfindustrie, die Testindustrie, nur noch zu belohnen für messbares Gutes tun und nicht mehr für den Verkauf von möglichst vielen Produkten. Daran krankt das gesamte System, ja, dass im Moment geht es immer darum, wie kann ich die Bürger für dumm verkaufen und ihnen die meisten Produkte verkaufen. Darum, das ist das oberste Prinzip dieser brutalen, raubtierkapitalistischen, sogenannten sozialen Marktwirtschaft, die in Wirklichkeit ein verkappter Marktradikalismus ist, ja. Vielleicht gemixt mit ein paar schlecht gemachten Pseudoplanwirtschaftlichen, Pseudokommunistischen, Pseudosozialistischen Teilelementen, die wir auch ablehnen, aber sozusagen als bodenständige Linke sagen wir natürlich, nein, man muss eine gesunde Mischung aus echten Kommunist, echtkommunistischen, echtsozialistischen, echtplanwirtschaftlichen und gesunden Marktelementen herstellen. Also die Wahrheit liegt in der Mitte zwischen diesem extremen Pseudokommunismus und Marktradikalismus. Marktradikalismus tötet und Pseudokommunismus tötet. Dazwischen liegt die Wahrheit und die bodenständig linke mittige Lösung sozusagen, ja, die Mitte-Links-Lösung. Und ja, was spricht gegen die Einführung einer Wohlfühlstimme als einer Wahlstimme, die den Bürger zum Herrscher über alles macht? Ja, wenn ich dem Bundeswahlleiter sage, wie wohl es mir wirklich geht, und ich würde jetzt angesichts des Handlings der jetzigen Politik, also das, was die jetzige Politik gerade mit mir als Bürger macht, ich würde gerade grottenschlechte Wohlfühlstimme abgeben. Also von, wenn ich angefangen hätte mit drei bis vier als Ausgangsnote, ich würde jetzt eine vier bis fünf oder eine fünf abgeben oder so, ja, als Wohlfühlstimme. weil die jetzige Politik mir sozusagen vom Wohlfühlen, weil es geht ja nur um das Wohlfühlen, ja, sie hat mir bei keinem mehr Wohlfühlen gebracht, denn ich bin jetzt als Bürger, ich bin ja nicht krank geworden, hatte also kein Unwohlsein, sondern man hat mir nur den Sport geraubt, und das hat mein Wohlfühlen drastisch verschlechtert, also kann ich doch vom Wohlfühlen her nur in der Summe eine schlechte Note abgeben. Menschen, die gestorben sind vor dem 127. Lebensjahr, kriegen automatisch die Note 7, also eine schlechte Note. also falls tatsächlich irgendwie jemand irgendwie besonders viel gestorben würde, tatsächlich, dann würden diese Leute ja die 7 abgeben, denn diese Note wird für sie automatisch nach dem Tode abgegeben und wird bis zu ihrem imaginären 127. Lebensjahr automatisch als 7 Dauer weiterlaufen und erst ab dem 127. Lebensjahr wird dann diese Note gelöscht und ausgeschaltet sozusagen. Und jetzt die Leute, die vielleicht schwer krank wurden in der letzten Zeit und wirklich schwer gelitten haben, die würden dann in dieser Zeit ja auch eine schlechte Wohlfühlstimme abgegeben haben und jetzt ist doch die Frage interessant, war diese Politik ausgewogen, hat sie also sozusagen mehr Wohlfühlen erzeugt, als sie Unwohlfühlen erzeugt hat oder Sterben erzeugt hat. Und die Wohlfühlstimme würde das alles ausgewogen abwägen und wenn dann raus käme, dass in den verschiedenen Bundesländern und Kommunen insgesamt jetzt das Wohlfühlen zurückgegangen ist, dann werden die Bürger sich ganz klar überlegen, ja hoppla, vielleicht war das alles in der Summe ein Verlustspiel, vielleicht hätte man, wenn man es wie Weißrussland gemacht hätte und alles ignoriert hätte, ich erwähne nur noch mal ganz kurz, also für uns ist als Naturwissenschaftler ist das Hauptargument, Präsident Lukaschenko von Weißrussland ist in Weißrussland ein viel gehasster Mann, wenn dort gestorben würde, weil Lukaschenko sozusagen Krankheiten völlig ignoriert hat, wenn da jetzt gestorben worden wäre, dann würden doch all die Leute, die Lukaschenko hassen, würden doch alle berichten darüber, ja, in meinem bekannten Kreis sterben die Leute, wie die fliegen, ganz ungewöhnlich, viel mehr als in den letzten Jahren und würden das doch der westlichen Presse zuspielen und berichten und so weiter und die westlichen Journalisten würden sich doch mit Begeisterung darauf stürzen, Lukaschenko lässt seine Bevölkerung an Krankheit sterben und so weiter, ja, und dass das nicht geschieht, ist für mich als naturwissenschaftlichen Denker ein Hinweis darauf, dass Lukaschenko die Sache am besten gehandelt hat, nämlich gesagt hat, ignorieren, das ist eine, ein weltweiter Irrtum und den ignorieren wir hier in Weißrussland und wahrscheinlich, ich würde vermuten, wenn man jetzt in Weißrussland eine Wohlfühlstimme als Wahlstimme hätte, die also sozusagen alle entmachtet hätte, außer die Bürger, die Bürger sozusagen in Macht gesetzt hätte, dass die jetzt sozusagen gesagt hätten, ja, unser Präsident Lukaschenko hat das richtig gehandelt, denn unser Wohlfühlen ist insgesamt nicht schlechter geworden, sein Handling war also irgendwie richtig. Ja, und und zwar das einzige richtige Handling. In Schweden haben wir mittlerweile den Eindruck, dass die schwedische Pharmaindustrie, Medizinindustrie, Impf- und Testindustrie so langsam sich durchsetzt und so langsam den Siegeszug antritt und ihre eigene Realität schafft, also mit ihren eigenen vorteilbringenden Irrtümern, die eine Gehirnwäsche auch der schwedischen Bevölkerung und Situation erzeugt sozusagen. Aber in Weißrussland eben nicht. Und jetzt stellen Sie einfach immer nur diese Schlüsselfrage, warum bitte schön berichten all die Leute, die Lukaschenko hassen, nicht alle sozusagen darüber, dass in ihrem bekannten Kreis lauter Menschen sterben, seit den letzten Jahr, seit diesem Jahr im Prinzip, ja, innerhalb dieses Jahres lauter Massen an Leuten im Bekanntenkreis gestorben sind und dass daran die Schuld doch der verantwortungslose Präsident Lukaschenko habe. Ja, sie sagen das nicht, weil dort nicht gestorben wird. Und warum wird nicht gestorben? Obwohl doch Lukaschenko Corona völlig ignoriert hat? Das müssen sie sich fragen. Das ist die naturwissenschaftlich interessanteste Frage, weil Weißrussland ist eine der wenigen Kontrollgruppen, die wir haben, also wo quasi sozusagen wir haben der Rest der Welt ist voll davon, dass überall irgendwelche Reaktionen auf Corona erfolgt sind und wir haben nur eine Kontrollgruppe, nämlich Weißrussland, wo keine Reaktion auf Corona erfolgt ist. Und wenn dort nicht gestorben werden sollte, dann bedeutet das, dass die einzig richtige Umgehensweise mit Corona das Ignorieren gewesen wäre. Ja gut, aber das müssen sie sich selber fragen. Warum berichten die Leute, die Lukaschenko hassen, nicht über Massentote in ihrem Bekanntenkreis? Vielleicht, weil sie nicht lügen wollen. nur um ihrem Hass auf den Diktator Ausdruck zu geben. Ja, und jetzt Gutes tun, Wohlfühlstimme, ja, da kriegt jeder Bürger, wird zum Herrscher über die Wirtschaft, über die Behörden, über alle Sparten der Gesellschaft, über das Bildungssystem, wir alle werden zu Herrschern über alles durch eine Wohlfühlstimme. Durch Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Reichtumsdaten, anonymisiert, sodass also der Bundeswahlleiter nie, nur Zahlen kriegt, der Bundeswahlleiter kriegt nur Zahlen und Regionen, also der kriegt, der kriegt keine Information sozusagen, zu sagen, er kriegt nur, in welchem Stadtviertel wohnen wir, er kriegt auch keine Information, in welchem Haus, in welcher Straße wohnen wir, gar nichts kriegt der Bundeswahlleiter, er kriegt nur Zahlen und er kriegt auch nur Daten, wo der Wohnungsbau Konzern sitzt, der das Haus gebaut hat, in dem wir wohnen, aber damit kann man ja wiederum nicht zuordnen, in welchem Haus, sondern nur, wer ist der Verantwortungsträger und die Wohnungsbaufirma hat ja ihren Sitz ganz woanders als dort, wo ich wohne, also erfährt niemand, in welch, wo genau ich wohne, wie ich heiße, niemand erfährt irgendetwas, es sind alles nur Zahlen, die ausgewertet werden und dann jedem Bürger ständig, jedem Wähler ständig zur Verfügung stehen auf der Seite des Bundeswahlleiters, wie entwickelt sich das Wohlfühlen in jeder einzelnen Kommune in Deutschland, wie und dann lauter Ranglisten, welcher Supermarkt, welcher Marktleiter, welches Supermarkt erzielt die besten Gesundheitsergebnisse bei mir und den anderen Kunden und welches Hausarztteam in welcher Stadt erzielt die besten Gesundheitsergebnisse und 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 da können Sie dann haben Sie dann überall Umkreis suchen und Ranglisten und können überall das beste Hausarzt-Ersatzteam können Sie sich aussuchen, Sie können sich das beste Hausarzt-Ersatzteam Alten- und Pflegeheim aussuchen für Ihre Liebsten und so weiter, überall haben Sie Transparenz und warum gibt es verwirrte Menschen, die sowas ablehnen, ja weil sie vielleicht, weil es sich um Linksradikale, Rechtsradikale handelt, die gerne eine gewaltsame Revolution möchten und selber gerne Diktator werden möchten und deswegen solche vernünftigen Konzepte ablehnen oder es handelt sich um Marktradikale, die glauben, dass Markt ein Heilmittel sei, dabei ist es die Krankheitsursache, ja also ich weiß es nicht, was das da für Dinge eine Rolle spielen, ja also freier Markt, freie Arbeitsteilung, freier Tauschhandel, Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung sind grundsätzlich brandgefährlich, die einzige Alternative wäre, wir schaffen Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung ab, dann brauchen wir keine datengeschützte, dann brauchen wir überhaupt keine sozusagen Lenkung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung, weil sie dann einfach ihren Schaden nicht entfalten können. Und nur ganz kurz, warum sind Markt, also Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung so brandschädlich, so extrem killermäßig unterwegs, weil hier haben sie den ersten Früharzt und Frühhändler und Frühsozialspartler, ja das waren die ersten Wohlfahrtsleute, die sich um Arme gekümmert haben, ja, also wir haben quasi erste Früharzt, Frühhändler und Frühsozialspartler als Stellvertretende für die ganzen Bürokratien, ja, und der sagt jetzt, also, ich will ja der Bevölkerung dienen, ich will ja allen dienen, ja, ich darf auf keinen Fall anfangen, sozusagen, die Bevölkerung in ein Krankenhaus zu verwandeln, nur weil ich dann als Früharzt mehr verdiene, ich darf also auf keinen Fall in versteckter Weise der Versuchung erliegen, dass ich irgendwie die Menschen kränker mache, obwohl es gut für mein Geschäft wäre, ich darf auch auf keinen Fall die Menschen konsumsüchtig, esssüchtig und so weiter und überhaupt süchtig und suchtkrank machen, obwohl es für mein Geschäft eine große Umsatzsteigerung wäre, wenn ich die Leute irgendwann später Alkohol, Zigaretten, zuckerkrank, also zuckersüchtig, medikamentensüchtig und so weiter machen würde, das wäre ein Riesengeschäft für mich, ich darf das aber nicht tun, ja, weil ich es ja gut meine und ich darf als Sozialspartler nicht aktiv Massenarbeitslosigkeit und Dauerarbeitslosigkeit erzeugen, obwohl es für meine Karriere sicherlich gut wäre. Das wäre ein wahrheitsorientierter, guter, Früharzt, Frühhändler, Frühsozialspartler. Aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, ja, gerade das Wort Mutation wurde ja wieder erwähnt, dass eine neue Mutation von Corona käme angeblich, also eine neue Mutante, also nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion sozusagen, ja, entsteht automatisch ein Früharzt, Frühhändler und Frühsozialspartler, der sich irrt. Und der glaubt jetzt, ach nein, also gesunde Ernährung, gesundes Wasser, gesunde Luft, ungiftige Nahrung, ungiftiges Wasser, ungiftige Luft, immunstärkender Lebensstil, alles völlig unwichtig, krank werdet ihr nur durch winzige Dinge, Dinge, allmächtige, später genannt, Viren, Bakterien, Pilze und so weiter und dagegen verkaufe ich euch was, Impfungen, Chemotherapie, Antibiotika und so weiter und nur so könnt ihr gesund bleiben, kauft bei mir so viel wie möglich, dann bleibt ihr gesund. Kauft irgendwelche Igelleistungen, Vorsorgeuntersuchungen und so weiter, der irrt sich, ja und und der 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 Frühhändler irrt sich und sagt, ach euer bisheriger Lebensstil, der ist ja so sexbetont, lasst das doch sein, das ist ja ekelhaft widerwärtig, das ist ja unkeusch, unschön, hört damit auf, kauft lieber meine Produkte, da werdet ihr auch glücklich von und so weiter und hört auf mit diesem ganzen ekligen Sex und so weiter, ja, also das heißt, der hat solche Irrtümer im Kopf, die die Leute manipulieren in Richtung Unterdrückung ihres natürlichen, matriarchalen, bonovo-kommunistischen lebens, glücklichen Lebensstiles, ja, und die Sozialspartner sagen, nein, ihr müsst also unbedingt sowas einführen wie Mindestlohn, wie Tariflöhne und Gewerkschaften und so weiter, ja, weil das ist soziale Politik, das ist linke Politik und ihr müsst dann den Leuten ein großes, bedingungsloses Grundeinkommen und ein großes Hartz IV geben und das führt dann automatisch, und dieser Irrtum führt dann automatisch dazu, mit dieser Gehirnwäsche, die in die Bevölkerung hineintöpft, kommt es dann dazu, dass es Massen an Dauerarbeitslosen gibt von denen dann, wo dann dieser Mutierende als Sozialspartner, als Wohlfahrtsmensch eine tolle Karriere macht, auf Kosten von drei Millionen Dauerarbeitslosen und dann macht auch unser Früharzt dann noch ein Riesengeschäft, weil diese Dauerarbeitslosen, die müssen dann noch mit Psychopharmaka ja irgendwie einen Weg finden, wie sie ihre Arbeitslosigkeitsdepression halbwegs überleben können und dadurch macht also dieser sich irrende Früharzt, Frühhändler und Frühsozialspartner macht die größte Karriere, kann am meisten hier Kind, Enkel, vier Urenkel ernähren, wird der Vorfrage von Trostenwieler, Lauterbach, Aldi, Lidl und so weiter und von Arbeitsamtmitarbeitern, Sozialspartlern und so weiter, die alle sich bereichern davon, dass die Gesellschaft leidet, dass sie als WählerInnen leiden und alle profitieren davon, ihr Leben zu zerstören und jetzt kommt die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdatenmessung, die Langlebigkeitsdatenmessung, die Reichtumsmessung und und sie werden zum Herrscher über das Ganze und die bisher vorteilbringenden Irrtümer erweisen sich als nachteilbringende Irrtümer, die rücken in die Aussterbensposition und die Träger der vorteilbringenden Irrtümer entweder widmen sie sich, nehmen sie von den Next Scientists for Future die dann vorteilbringenden Wahrheiten an oder sie gehen eben pleite und damit setzt sich dann ruckzuck setzen sich die vorteilbringenden Wahrheiten in aller Welt durch die vorteilbringenden Irrtümer sterben aus, die werden durch diese positive Anreizsetzung, durch die positiven Anreize wird die Formel erfüllt, VIs aussterben lassen durch PAs, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize ja und welche verwirrten Geister haben jetzt welche Ideologien im Kopf aufgrund derer sie solche menschenfreundlichen gemeinwohlorientierten Konzeptionen ablehnen das ist wirklich die große Frage ja und die große Frage sollten sich die Parteien stellen welche Extremisten sind in ihren Parteien gelandet die solche vernünftigen gemeinwohlorientierten matriarchatsorientierten Boden bodenständig linken vernünftigen Konzepte auch die Gemeinwohlökonomie ist ja keine gewaltsame Revolution sondern sie sagt sie will diesen bösartigen Raubtierkapitalismus sie will eine echt soziale Form des Wirtschaftens erzielen ja sie sollte dabei nur das Wort Marktwirtschaft rauslassen denn es ist eine die ideale gemeinwohlorientierte Wirtschaft ist eine gesunde Mischung aus guten Marktelementen gemischt mit guten matriarchalen echt kommunistisch echt sozialistisch echt planwirtschaftlichen Elementen bei klarer Verurteilung von jeder Form des Marktradikalismus und klarer Verurteilung jeder Form der Pseudo Planwirtschaft Pseudokommunismus und der Pseudosozialismus den wir ja aus aller Welt kennen und der genauso zerstörerisch ist wie der Marktradikalismus ja ja ich weiß es nicht ich kann es nicht sagen im Moment ist es so dass irgendwie entweder haben die letzten Sitzungen und Treffungen der Basis nicht stattgefunden oder sie haben jetzt die Gäste und Freunde und Interessierten eher ausgeschlossen weiß ich nicht keine Ahnung auf jeden Fall funktioniert irgendwas nicht das ist auch schade dass eben ja wir stehen zwei Monate vor einer entscheidenden Wahl und nichts passiert also meine Befürchtung ist die Basis und wir 2020 vertun im Moment alles um alle Wahlen zu verlieren ich hoffe sie werden vernünftig und besinnen sich eines besseren und werden wie gesagt ja dazu übergehen Talkshows zu machen mit prominenten Persönlichkeiten so wie es ja jetzt geschehen ist da ist irgendwie jemand immerhin haben die glaube ich 20.000 Klicks erzielt für den Sender der Basis der Partei die Basis das ist doch ein guter Anfang für die Sender von wir 2020 also diese beiden Parteien sollten selbst als Talkshow Gastgeber auftreten außerdem versuchen wir dabei wenn der neue Markus Lanz das Internet Fernsehens einlädt aber ist noch zu klein und wir investieren ja im Moment darin auch in die Suche nach weiteren Maybrit Illners Anne Wills Plasbergs das Internet Fernsehens aber noch haben wir da keinen großen Erfolg ja das ist leider noch kein Durchbruch und dann sollten aber eben nicht irgendwelche Prominenten Prominenten eingeladen werden die nichts zu sagen haben wie man nämlich Land regieren will denn die Wähler bevor die Wähler ihre Stimme geben wollen sie wissen wie das Land regiert werden soll und ein einziger Punkt reicht nicht um ein Land zu regieren sie können nicht nur mit mit einem einzigen Parteiprogramm Punkt können sie kein Land regieren und können auch keine Wähler überzeugen ihnen für vier Jahre die Stimme anzuvertrauen also deswegen sie müssen immer auch einladen oder nicht sie müssen immer zum Thema machen gemeinwohl ökonomie von christian felber sie müssen immer einladen und da kommt auch immer jemand irgendwann werden auch unsere professoren kommen wenn sie groß genug werden next scientists for future de einladen weltrat einladen die bodenständigen linken sie müssen immer einladen egal ob jemand kommt oder nicht oder zumindest darüber referieren über post wachstum ökonomie sie müssen immer einbringen oder referieren also immer einladen professor hans werner sinn professor achim truger von den wirtschaftsweisen dr dr heide Reformer einladen, die alle auch nie Mitglied einer Partei werden würden, deren Kompetenz sie aber brauchen, um kompetente Diskussionen in Gang zu bringen. Auch jede normale Talkshow lädt nicht nur Parteimitglieder ein, sondern immer auch externe Experten und externe Reformer, wenn auch in ganz minderer Qualität im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber das müssen sie halt besser machen als Partei. Und dann muss natürlich immer jemand von den prominenten Leuten dabei sein, sonst zieht es die Zuschauer nicht. Vor allem, wenn sie solche Sender wie Punkt Preradovic, wenn sie die bewegen wollen, die neue Maybrit Illner des Internetfernsehens zu wollen, dann müssen sie auch immer mit prominenten Persönlichkeiten wie Dr. Met Klaus Köhnlein, den sie ja schon interviewt hat, müssen sie auch an den Sender herantreten. Der muss im Prinzip die Frau Preradovic persönlich telefonisch ansprechen, daraufhin sozusagen, dass sie diese Talkshows macht und dass sie eine neue Maybrit Illner werden sollte. Und so sollten sie ihre Prominenz auch nutzen, denn wenn sie die nicht nutzen, das Internetfernsehen funktioniert auch wie das normale Fernsehen. Nur Prominenz lädt Prominenz ein. Also Prominenz will immer nur prominente Talkshow-Gäste. Nicht-prominente Leute werden grundsätzlich nicht eingeladen, weil sie zu wenig Klickzahlen bringen. Also müssen sie immer die Prominenz, die sie haben, nutzen, damit dann auch die nicht-prominenten externen Reformer eingeladen werden. Ja, also sie müssen also quasi immer über Prominenzschiene müssen sie es erreichen, dass die Talkshow-Gastgeber, wo sie das selber sind, können sie das ja selber machen. Aber sie brauchen auch dort immer prominente Teilnehmer, die das Publikum ziehen, weil sie als Parteien alleine noch nicht prominent genug sind, um genügend Klickzahlen zu ziehen. Und deswegen müssen sie hier sozusagen immer dann Prominente haben und dann müssen sie zusätzlich diese weniger prominenten externen Reformer zusätzlich einladen. Und dann haben sie die richtige Mischung aus Prominenz und Kompetenz und dann können sie Wahlen gewinnen. Dann können sie die 56 Prozent erreichen, die die Wissenschaftler des Weltrates in einer simulierten Bundestagswahl erreicht hatten. Und die können dann auf ihre Partei übergehen, sozusagen, was ja das Ziel der Next Scientist for Future wäre. Ja, also von daher noch einmal die Schlussfrage. Was kann jemand dagegen haben, zum Herrscher über Wirtschaft, über Behörden, über Sozialspartler, über das Gesundheitswesen zu werden, sodass also das eigene Wohlfühlen, das Gemeinwohl, was ja bedeutet, dass mein Wohlfühlen zählt in Zukunft, dass also nicht mehr die gesamte Wirtschaft über mein Wohlfühlen hinwegwalzen darf, über das Gemeinwohl der Bevölkerung hinwegwalzen darf und Profite machen kann, nicht mehr auf Kosten des Gemeinwohls der Bevölkerung, sondern dass das Gemeinwohl darüber entscheidet, ob eine Firma pleite geht in Zukunft oder ob sie überlebt. Und das ist bei Gemeinwohlökonomie von Christian Felber und bei den gemeinwohlorientierten Wirtschaftsformen und Gesellschaftsformen der Next Scientist for Future identisch. Immer geht es darum, die schädlichen Firmen aussterben zu lassen und die guten Firmen denen einen Vorsprung zu ermöglichen, sozusagen, ja, die, die Gutes tun. Also, wir wollen gezielt gut mit gemeinwohlorientierten Ansätzen, will man Gutes tun, gezielt durch positive Anreize belohnen. Und bei den Next Scientist for Future will man so starke und gezielte positive Anreize setzen, dass auch die Formel in Kraft tritt. VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize und mit positive Anreize, es sind wirklich starke positive Anreize gesetzt, die so eine starke Lenkwirkung haben, eine so starke planwirtschaftliche, echt planwirtschaftliche Lenkwirkung auf die Wirtschaft haben, dass nur noch überlebt, wer als Marktleiter mir nur noch gesundes, ungiftiges Zeug anbietet und all das Giftige mir nur noch in die Ecke stellt. Das ist da für all die, die süchtig danach sind, nach all diesen Giftstoffen, ja, und all diesen giftigen Sachen. Aber empfehlen wird mir seine Ernährungsberaterin in Zukunft nur noch die gesündesten, ungiftigsten Sachen und wird mich da inspirieren und so weiter. Und das wünsche ich mir doch. Ich wünsche mir doch, dass mein Arzt mich inspiriert, wie ich gesünder, glücklicher, länger und reicher lebe. Und mein Arzt, mein Hausarzt-Ersatz-Team, also mein Hausarzt-Ersatz-Team wird mein Inspirierendes, meine Supermarktleiter, meine Marktleiter, meine Biomarktleiter werden mich inspirieren, wie ich gesünder, glücklicher, länger und wohlfühliger und reicher leben kann. Und bei dem Ganzen wird ein riesiges Wirtschaftswunder erzeugt werden, denn wenn diese ganzen Armeen von Dauerarbeitslosen, von Obdachlosen, von Sozialausgegrenzten, diese ganzen Armeen von chronisch Kranken beendet werden und alle wieder gesund, fit und leistungsfähig in der Gesellschaft mit anpacken, dann werden wir ein riesiges Wirtschaftswunder kriegen. Wenn wir unsere klügsten Köpfe nicht mehr in der Verwaltung von Dauerkrankheiten verschleißen, sondern sie in der Wirtschaft als forschende Ärzte in der Entwicklungstechnologie aktiv sind und so weiter, da werden wir viele Produkte auf den Weltmärkten verkaufen können und wir werden ein gewaltiges Dauerwirtschaftswunder erleben. Und wollen sie das nicht, wollen sie nicht reicher werden. Ich weiß nicht, was man gegen solche sozusagen unser aller Leben glücklicher, gesünder, wohlfühliger, länger, reicher machenden Vorschläge der Gemeinwohlökonomie und so weiter, was man dagegen haben kann. Was man gegen eine gemeinwohlorientierte Wende der gesamten Gesellschaft haben kann. Ich weiß es nicht. Man muss aus meiner Sicht ein Linksradikaler, ein Rechtsradikaler sein, ein Sektenspinner oder irgendwas. Man muss jedenfalls völlig daneben sein, um so etwas Menschenfreundliches abzulehnen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, also, dann hoffe ich doch, dass die Parteien, dass meine Prognose nicht eintritt, dass die Basis und wir 2020 es schaffen werden, mit kompetenten externen Reformern, mit einem letztendlich kompetenten Programm an die Wähler heranzutreten. Und das Programm, die Kurzformel wäre, wir werden bei allen Reformen, werden wir in den Ministerien die externen Reformer an unserer Seite haben. Und wir werden dabei auch sehr gründlich immer hören auf die ProfessorInnen, DoktorInnen und so weiter von Weltrat und Next Scientist for Future. Und dadurch werden wir dann alle Systeme, alle gesellschaftlichen Systeme, die Wirtschaft, das Gesundheitswesen, alle anderen Sparten, die Sozialsparten, alles werden wir dahin bringen, dass es menschenfreundlich ist, dass die Menschen sich wohler fühlen, glücklicher werden, gesünder und länger leben und reicher leben dürfen in Zukunft. Das ist eigentlich schon das ganze Parteiprogramm. Der Rest sind die Details. Und dann kann man noch einige Details nennen. Aber dieses Parteiprogramm würde die Wähler überzeugen. Nämlich, dass sie als Wähler, die Wähler das Sagen bekommen, dass sie auch mit einigen Volksabstimmungen nicht so häufig, dass sie überfordert sind und den ganzen Tag nur noch beschäftigt sind damit. Aber dass also sozusagen über die Wohlfühlstimme die Wähler immer das Zepter in der Hand behalten. Weil jeder Politiker, jeder in der Gesellschaft, der irgendetwas tut, was das Wohlfühlen der Bürger verschlechtert, würde direkt abgestraft werden. Was bisher nicht der Fall war. Bisher gab es keine Möglichkeit, Politiker oder Wirtschaftsleute abzustrafen, weil es gar nicht möglich war, für den Wähler genau herauszufinden, zielgenau herauszufinden, welche Partei wirklich mehr Schaden anrichtet als die andere. Das war nicht möglich zu eruieren. Sie, wenn Sie in einem Bundesland leben, nehmen wir mal an, Sie leben in NRW oder Sie leben in Baden-Württemberg, Sie können doch nur beurteilen, wie es Ihnen selber geht und können danach sagen, irgendwie, ja, es geht mir schlechter, ich wähle vielleicht die Partei, die bis jetzt gerade jetzt an der Regierung war, nicht. Aber Sie wissen doch auch überhaupt nicht, ob die Partei, die Sie stattdessen wählen, es in irgendeiner Weise noch schlechter machen würde oder noch besser machen würde. Das können Sie doch überhaupt nicht vergleichen. Sie können also als Wähler im jetzigen System, haben Sie doch gar keine Wahl. Sie können gar nichts entscheiden. Sie wissen gar nichts. Es kann sein, dass Sie, obwohl es Ihnen schlechter geht, wenn Sie die Partei wiederwählen, die jetzt an der Regierung war, dass das die richtige Entscheidung ist, dass Sie wissen das gar nicht. Sie können nichts beurteilen. Wenn Sie aber Bundesländer haben und das eine Bundesland wird von der CDU regiert und das andere von SPD und Grüne regiert oder so, ja, und das andere wird von der Linken regiert und so weiter, dann können Sie jetzt in Zukunft beim Bundeswahlleiter sehen, wie entwickeln sich die Wohlfühlstimmen unter der Regierung der SPD in dem und dem Bundesland oder in der und der Kommune. Sie können also immer gucken beim Bundeswahlleiter, wie entwickeln sich, wenn Sie zum Beispiel überlegen, die CDU zu wählen oder die Grünen zu wählen, dann können Sie nachgucken beim Bundeswahlleiter, wie haben sich die Wohlfühlstimmen in allen CDU-regierten Bereichen der Gesellschaft entwickelt in letzter Zeit. Und wenn Sie dann sehen, dass die Wohlfühlstimmen alle in den Keller gegangen sind, bei denen, die von der Partei SPD gewählt wurden, überall die Wohlfühlstimmen nach oben gegangen sind, also positiv sich entwickelt haben im letzten Jahr, dann werden Sie doch sagen, na gut, dann werde ich bei der nächsten Wahl, bei meinen nächsten Wahlen einfach SPD wählen, weil die können es. Und die CDU kann es nicht. So, und das heißt also, über die Wohlfühlstimme können Sie jetzt Politiker direkt abstrafen. Und die Tatsache, dass Sie Politiker direkt abstrafen können, wird die Politiker weg, also wird dazu führen, dass ein Politiker nie mehr mit einem Lobbyisten redet, nie mehr mit einem Konzern redet, nie mehr irgend sowas geschieht, sondern er wird nur noch mit Ihnen als Wählern reden. Und das wollen Sie doch als Bürger. Die meisten Bürger wollen nicht jeden Tag basisdemokratisch das Land regieren. Da sind Sie überfordert. Die meisten haben mit ihren eigenen Karrieren genug zu tun und sind damit überlastet und müssen ja dann auch noch irgendwie sich um Kinder kümmern, um Familie oder was auch immer, oder Kommune, was auch immer, oder Mehrgenerationenwohngemeinschaft. Die haben den ganzen Tag genug zu tun. Die werden sich wahrscheinlich bedanken dafür, wenn sie jetzt dann jede Woche eine Volksabstimmung machen sollten oder so. Ja, das wäre denen zu viel, denke ich. Fürchte ich. Wäre ja schön, wenn jeder Bürger immer an allem teilnehmen könnte, aber wir sind nun mal eine arbeitsteilige Gesellschaft und das würde ja bedeuten, dass wir die Arbeitsteiligkeit stoppen. Aber es reicht doch, wenn die Politiker abgestraft werden können aufgrund der Wohlfühlstimmen. Das reicht uns doch. Ja, also, ja, denn dann wird sich doch automatisch wirklich werden die Besten sich durchsetzen. Während im jetzigen politischen System hat der Wähler ja gar keine Chance, die Parteien abzustrafen oder gar die Wirtschaft abzustrafen oder bestimmte Unternehmen, die giftige Nahrung liefern, abzustrafen. Oder wie können Sie heute, wie wollen Sie heute einen Gastronomen abstrafen, der, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat das ja berichtet, da wurde also sozusagen Gastronomen, wurde Gammelfleisch angeboten. Also wirklich gesundheitlich schwer bedenkliches Gammelfleisch. Und zwar natürlich zu extrem billigen Preisen. Und praktisch alle Gastronomen haben das genommen. Sie gehen also ins Restaurant und werden eventuell verseucht und vergiftet mit Gammelfleisch, das vielleicht aus extrem giftstoffbelasteter Ernährung herrührt und so weiter. Also Sie kriegen eine richtig schöne Gift- und Gammeldosis ab, wenn Sie in ein Restaurant gehen. Und das hat man festgestellt, dass das praktisch fast jedes Restaurant angenommen hat, dieses Gammelfleisch aufgekauft hat. Und wie wollen Sie solche Gastronomen abstrafen im jetzigen System? Das geht nicht. Sie können es nicht beurteilen. Weil weswegen Sie Jahre später krank werden und ob diese Giftdosis in dem und dem Restaurant dabei eine relevante Rolle gespielt hat, das werden Sie doch nie erfahren. Sie können also dieses Restaurant, und warum sehen so viele Restaurants in den Küchen, warum gibt es dort Ratten, Mäuse, Kakerlaken, Schimmel und allen möglichen Dreck, warum gibt es den dort? Weil es völlig scheißegal ist, was man ihnen auf den Teller tut. Und ob man reinrotzt in ihr Essen oder ob man rein ejakuliert in ihr Essen, was alles angeblich schon vorgekommen ist, das spielt doch alles keine Rolle, weil Sie das nie merken werden. Sie werden nie, nie merken, dass das Ganze, dass dieses Restaurant ein schwer gesundheitsschädliches Restaurant für die Masse der Bevölkerung ist. Nur über die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Reichtumsdaten werden wir sofort jedem Restaurant auf die Finger hauen können, weil der Bundeswahlleiter in den Ranglisten wird, dieses Restaurant wird dann auftauchen als sozusagen absoluter Gesundheitskiller, weil über Tausende, zigtausende von Kunden hinweg wird man feststellen, dass es im Durchschnitt, dass diese Kunden im Durchschnitt schlechtere Wohlfühlstimmen entwickeln als die Kunden, die regelmäßig andere Restaurants frequentieren. Also Sie werden durch die gemeinwohlorientierten Konzepte von Gemeinwohlekonomie und Next Scientists for Future werden Sie zum Herrscher über die Welt und über die Politik und über alles. Ja? Und wie kann ein Mensch, ich kann mir nicht erklären, wie ein vernünftiger Mensch das in irgendeiner Weise ablehnen kann. Ja? Und wenn Sie es nicht, wenn Sie irgendwie übertriebene Ängste haben, wegen angeblichem, dass der Bundeswahlleiter, obwohl er gar nicht weiß, wie sie heißen, wo sie wohnen und so weiter, gar nichts über sie weiß, nur Zahlen hat, dass der jetzt quasi dann Daten missbraucht, dass das Bundeskriminalamt sozusagen, die als einzige in Papierform rauskriegen können, also ohne das Hacker können, nichts erreichen, weil nur in Papierform steht irgendwo neben einer Nummer steht ihr Name. Und dazu haben nur die Beamten des Bundeskriminalamtes Zugang, niemand sonst. Und die auch nur unter gegenseitiger Aufsicht und so weiter. Ja? Unsere besten Kriminalpolizisten. Ja? Und wenn Sie trotzdem Ängste haben. Es gibt immer auch Wege, wie wir ohne Daten trotzdem positive Anreize setzen können. Nur macht das natürlich alles viel schwieriger. Zum Beispiel das Vorwahlsystem. Da geht es ganz ohne Daten. Da stellt einfach nur der Bundeswahlleiter repräsentative Wählerstichproben zusammen. Und dann wird gesorgt, dass auch immer eine repräsentative Wählerstichprobe dann vor Ort ist, sodass man also alle paar Jahre vielleicht einmal zusätzlich zu den normalen Waren zu einer solchen Bürgerhauswahl geht. Und sozusagen, wenn das nur einmal alle paar Jahre ist, ist das ja auch verkraftbar. Das ist ja keine Überforderung der WählerInnen sozusagen. Und dort werden Leute, können die Bürger eben Leute wählen, die zumindest, wo sie den guten Eindruck haben, dass die kompetenter regieren werden als das, was jetzt an der Regierung ist. Und dann wird dadurch sozusagen die bisherige Regierung unter einen totalen Leistungsdruck gesetzt. Nämlich ihnen besser dienen zu müssen. Sonst kommt nämlich dann die neuen Kandidaten dann. Und die werden dann hochgewählt. Die können dann die KanzlerInnen sozusagen herausfordern. Und dann gibt es Neuwahlen, falls die Herausforderin, sobald die herausfordernde Person diese Wahl dann gewinnt, diese Bürgerhauswahl gewinnt, gibt es Neuwahlen mit allem, was dazugehört. Und dann durch diese neuen Abstrafungsmöglichkeit existierender Politiker wird auch wieder dafür gesorgt, dass die Politiker ihnen dienen müssen. Also auf jeden Fall egal, was auch immer sie wollen, ob sie sagen, wir wollen möglichst wenig Neudatenverwendung, wir wollen oder uns ist es egal, ob wir viele Neudaten erheben. Hauptsache mein Datenschutz ist gewährleistet. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, vielleicht ohne es zu wissen, schon längst vielen Leuten in der Welt die Daten gegeben haben, wo sie wohnen, wer sie sind, wie sie heißen und so weiter. Also das, was die Next Scientists for Future für die Wohlfühlstimme an Daten erheben würden, da würde niemand erfahren, wie sie heißen, wo sie wohnen, wer sie sind und so weiter. Es würde ein reines Zahlenspiel geschehen. Und daraus könnte niemand rückschließen, wo sie wohnen, wer sie sind und so weiter. Ja, das wäre nicht möglich. Und ja, von daher, ich denke, dass die meisten Menschen längst kein Problem damit haben, dass die halbe Welt schon weiß, wer sie sind, wie sie heißen, wo sie wohnen und so weiter. Und denn, ja, was sollen die Konzerne damit anfangen? Außer, dass sie so gezielte, personalisierte Werbung den Leuten schicken, dass eine maximale Konsumsucht ausgelöst wird. Ja, und mehr können die nicht tun. Und das ist doch so gefährlich, auch wieder nicht. Natürlich führt das zu einem Überkonsum und zu mehr kaufen, aber das macht die gesamte Wirtschaft ja sowieso, dass sie uns irgendwie dazu bringt, mehr zu kaufen. Nur kaufen sie vielleicht durch diese Daten, die diese Konzerne haben, vielleicht sogar eher Sachen, die sie wirklich wollen oder eher brauchen können. Also so extrem schädlich ist das, was die bisher die Welt mit ihren Daten macht. So extrem gefährlich schätze ich das nicht ein. Die andere Frage ist ja, die dann manchmal auftaucht. Ja, was könnte der Staat, was könnte das Bundeskriminalamt und ein böswilliger diktatorischer Staat tun mit ihren Wohlfühlstimmen? Naja, der könnte doch höchstens dazu führen, dass sie keine Wohlfühlstimmen mehr abgeben. Weil sie dann die Befürchtung hätten, dass der Diktator vielleicht mitkriegen würde, dass sie sein politisches Handeln, dass sie darauf mit negativen Wohlfühlstimmen regieren oder mit sich verschlechternden Wohlfühlstimmen. Ja, also mehr kann doch nicht passieren. Sie gehen dann einfach nicht mehr zur Wahl. Oder ja, also was soll schon passieren, wenn sie keine Wahlstimmen mehr abgeben? Also ich sehe da, ich habe da keine Sorge, was soll ein Diktator machen? Welcher Diktator wird hingehen und die gesamte Bevölkerung töten wollen? Der will doch als Schmarotzer, jeder Diktator will doch als Schmarotzer von der Arbeitskraft der arbeitenden Bevölkerung leben. Also wird er die doch nicht töten. Ja, also der lebt doch davon. Ja, ja, Honecker hat doch schließlich von den Werktätigen der DDR gelebt. Warum soll der die töten? Ja, also deswegen, also wobei Hitler, wie gesagt, der hat sie getötet. Ja, denn der hat wirklich in einer solchen, war so voll Irrtümern, also voll von parasitären Memen und Killerviren des Geistes, dass der wirklich dann gesagt hat, haben soll irgendwie, habe ich das mal irgendwo gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht so genau, dass er gesagt haben soll, ja, wenn die Deutschen noch nicht mal fähig sind, die ganzen Welt abzuschlachten und zu beherrschen und zu töten, dann sind sie offensichtlich keine Herrenmenschen. Und dann ist es auch gut, dann können wir die auch alle noch jetzt, dann sollen sie alle jetzt in dem Rest des Krieges noch sterben, weil sie sind ja dann keine Herrenmenschen. Und dann haben sie es auch verdient, dass sie alle sterben. Ja, sowas kann schon sein, aber der normale Diktator, der sagt, ich will doch weiterleben und ernährt werden von meinem Volk. Und also insofern wüsste ich nicht, dass das ein Diktator jetzt groß, natürlich würde er, sagen wir mal so, seine politischen Gegner, die selber wiederum Diktator werden wollen und die ihn als Diktator ablösen wollen, die würde er natürlich bekämpfen, aber die Masse der Bevölkerung würde er doch nicht bekämpfen. Von daher habe ich all diese Sorgen nicht, die manche Leute vielleicht haben. Ja, das war es mit dieser politikorientierten wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald. Ja, das ist noch nicht. Tschüssi, bis bald.